Das Traineeship der Salzburger AG ermöglicht neuen Bewerberinnen und Bewerbern aus Österreich und Deutschland 18 Monate verschiedene Bereiche des Unternehmens kennenzulernen. Für das kommende Traineeship haben wir Jungakademikerinnen mit technischen, wirtschaftswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Hintergrund rekrutiert, die mit uns gemeinsam an der Energiewende mitarbeiten wollen. Zusätzlich bietet die Salzburger AG den Trainees ein spezielles Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramm mit Seminaren und Workshops. Solche Programme sind von hoher Bedeutung für die Salzburger AG. Wir rekrutieren eben junge Talente, die mit uns an der Energiewende mitarbeiten wollen. Sie werden mit unterschiedlichen Maßnahmen im Unternehmen gefordert und gefördert. Gefordert zum Beispiel mit klassischem Training on the Job, aber auch gefördert mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen, ob Seminare, ob Sitevisits, ob Vorträge von den Führungskräften, so dass sie wirklich innerhalb der 18 Monate das Unternehmen sehr gut kennenlernen werden. Trainees sind für die Salzburger AG sehr wichtig. Sie bringen neues Know-how in das Unternehmen. Wir kriegen auf eine sehr unkomplizierte, rasche Art gute neue MitarbeiterInnen für zukünftige Führungs- und für Fachpositionen. Im Programm lernen die Trainees das Tagesgeschäft kennen, sind verantwortlich für ihre eigenen Projekte und können sich ein soziales Netzwerk aufbauen. Ich habe die Salzburger AG schon kennengelernt während des Praktikums. Ich habe ein Praktikum im Human Resources Bereich gemacht. Mir taugt das Salzburger AG und ich kann es sehr gut mit meinen persönlichen Werte vereinen. Also die Unternehmensziele, vor allem das Thema Energiewende, das spricht mich sehr an. Also grundsätzlich habe ich keine fixen Erwartungen, weil ich einfach offen in das Trainee reingehe und einfach so viel sehen möchte und neue Herausforderungen stoßen möchte, wie es nur geht und auch diese Herausforderungen gewachsen sein und auf neue Inhalte treffen, die ich in der vorherigen Erfahrung nicht gehabt habe. Und somit ist es für mich sehr wichtig, dass ich die Chance nutze, wachse dabei und mich gut weiterentwickeln kann. Trainees sind sehr offen für Veränderungen. Sie bringen oft frischen Wind ins Unternehmen, das tut uns gut. Es kommt neue Kompetenz rein, aber auch ein neuer, frischer, guter Mindset, der uns ergänzt in der Salzburger AG, dass sich Bewertes, Gutes Bewertes mit neuen Ideen verbinden kann. Also eine optimale Mischung für die Zukunft. Wenn auch Sie Interesse an einem Traineeship bei der Salzburger AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at-karriere.